Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Servus. So, ich hab mal zwischendurch einen Kompass gefarmt, bevor ich einen gefangen habe aufzunehmen. Gucken wir uns doch hier gleich mal an, was genau wir hier verschieben können. So ein Eisenprinz, den tritt man ja immer gerne mal weg. Okay, also. Sieht nach Volga-Style aus. Wir sehen die fändlichen Einheitenstufe 1. Das wird Spaß machen. Das wird sehr großen Spaß machen. Nix mit Medaillen. Dann beschmeißen wir uns mal eben mit so einem EP-Trank. Das war immer geil. Ja, ja, ja. Und, ach ja, richtig. Wir haben das Mastercast-Standard-Kostüm freigeschaltet. Ich werd's mal benutzen. Ich find das Orange jetzt nicht so schlecht. Es passt immer noch zur Waffe. Und die weißen Haare sind ja auch irgendwo nice, beziehungsweise die weißen Ornamente insgesamt. Schwarz war halt nur geiler gewesen. So, ne? Okay. Wow, was haben wir denn hier, ey? Egal. Tritt durch den Scheiß. Seht ihr? Also, die Farbe harmoniert schon ganz gut. Und, ähm, aber, ja. Äh, Nafse, glaub ich. Ich hätte gerne diese Festung. Und dieser Festungskommandant, der geht jetzt. Oh, richtig, Leute. Oh. Wir dürfen nicht getroffen werden. Shit. Sicher jetzt erst. Dunstinger. Bam. Ups. Hä? Ja, komm, mach deinen Scheiß. Ist ja okay. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Dass wir hier, äh, Gedingse, Gedingse haben. Ist ja, ist, äh, sehr schlimm. Ist ja sehr schlecht. Vor allem mit Eralforce. Sie neigen nämlich dazu, ab und zu mal so einen Sturzflug zu machen. Oder so einen Feuerball in meine Richtung zu wechseln. Fuck are you, bitch. Da hatte ich schon einen Hit. Schlacht neu starten. Gut. Wir machen das jetzt mal ganz entspannt. Ein bisschen vorsichtiger. Habt ihr es gemerkt? Ich hab erst überhaupt nicht drüber nachgedacht, überhaupt nicht drauf geachtet. Und dann so, oh, hm, shit, du darfst ja nicht getroffen werden. Ah, 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 Platsch. Oh, hm, fuck. Okay, von den Minion. Voll geil. Das ist doch scheiße, ey. Kommt der bloß nicht in die Quere. Ja, ne. Ich muss mir vor will nicht von einer deiner random durch die Gegend tingelnden Geisterflammen irgendwie getroffen werden. Du bist scheiße. Komm, mach deinen Scheiß. Und diese Uhr, die eignet sich dann nämlich hervorragend, um so einen Anschiff vorzubereiten. Und da ist er down. Das ist echt nicht schlecht mit unserer Uhr. So, und die Spacken, die hängen mir eigentlich viel zu dicht aufeinander. Das geht gar nicht klar. Also, wir drücken dich jetzt direkt erstmal wieder zurück. Wo ist er hin? Ach so. Ne, ich hab nicht drunter durchgeschossen. Er hat... Alter, das war der Sturz wo geschlacht. Neustarten. Das ist doch scheiße. Ihr seid echt... Fick dich, du! Zeit weg, was ran der Ohre! Ja, ja. Ja, ja. Und da hat er den Buff bekommen, der schmockige. Äh. 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 Dann bleibst du halt oben. Ey, wo kommt die Nimbus gerade her? Sting that door! Einmal zu spät gemacht! Ich geh kotzen! Ich hab gedacht, wir ziehen hier einfach so ein Leisure durch, weißt du? Nee, natürlich nicht. So, wir gehen hier um den Sack. Scheiße, seid ihr. Nuke! Dragon Nuke! Kommt schon! Oh, ja. Nein! Fuck you! What the fuck you! Will hier rein! Achso, jetzt ignorierst du mich? Du bist doch scheiße, ey! So. Wenigstens das, okay. Was willst du, ne? Du kannst dir deinen Sturz nehmen sonst wo im Studio. Ich glaub, es hackt! Ich will diesen Goldrang haben. Ich will den fucking EP-Trang mitverschwendet haben. Ich will diesen persönlichen Erfolg haben. Ich will den Viechern aufs Maul hauen. Ah, ich will hier einfach alles durch die Gegend, Nioke. Ist das denn zu viel verlangt, Mann? Hasse euch! Das ist nicht der Spielstil, den ein Volga haben sollte. Ich will hier durchprügeln. Ja, kannst du mal sehen. Fick dich. Wie du blockst. Baaaaaam. Wow, ey. Was ist der Block? Bitches. Bitches. Oh, juhu! Goddarn, Bruder. Fick dich. So, besser. Ach so, und jetzt beide gleichzeitig da oben? Ja, hier wird ja geil. Gibt's hier nur eins, oder? Direkt so viel wie geht. Reduzieren, eine Granate rein, ducken und um Hilfe schreien. Los! Ja. Was? Wieso? Ey, ohne Scheiß jetzt! Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das ist so unglaublich. Fuck, 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 fuck! Der war in Zeitlupe, der kleine Ruhransohn, was natürlich nicht heißt, dass er anscheinend keine Hitbox hat, wenn er nach unten geht. Aber wieso zur Hölle habe ich den nicht aus der Luft geholt die ganze Zeit? Kann mir das mal einer verraten? Ich so fü- Ich so fü- Bäh! Kacke bist du! Hast du dich! Du bist mit deinem ganzen Scheiß-Tippe! So! Nein! Nein! Einser! Fuck you! Danke! Ihr seid alle scheiße! Was für euch! Nein! Gott! Stufe eins, weißt du? Stufe eins! Ihr könnt mich mal am Sack lecken! Eralforce sind Shit! Ich hasse Eralforce! Quick Draw! Oh. Erster. Komm, du kassierst, du kassierst, du kassierst. Du kassierst. Loser. Fick dich. Fick dich in deine Mutter, du Ursohn. Ah. Fick dich in die Mutter, du kassierst, du kassierst, du kassierst, du kassierst, du kassierst, du kassierst. Ich habe Angst vor den vielen HP-Leisten. Ich muss den Blick behalten. Weep. Das war's dann jetzt aber auch. Wer rückt hier vor? Was rückt hier vor? Willst du mich verarschen? Das ist irgendwie scheiße. Oh nein, 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 nein. Magie-Dieb. Ja, how convenient, wenn ich gerade voll mit Magie bin. Rosetta, so geil. Feindliches Hauptquartier. Super geil. Hier liegt nur irgendwo ein Herzcontainer rum. Herzteil. Dings. Shit. Meine zu ahnen, wo. Ansonsten wird die, äh, scheiß Fee hier nicht umschimmeln. Was ist da oben los? Magie-Dieb. Du bist scheiße. Und du greifst mich nicht an. Nein, Sir. So. Äh, 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 äh. Exalforce. Genauso kacke. Ihr seid doch behindert. Nee, so ein kleiner Statist schlägt mich jetzt. Ihr seid scheiße, ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Gebt mir meine Fee. Ich hab mit euch allen überhaupt keinen Stress. Hab ich gar keinen Vertrag mit. Endlich läuft das hier mal so, wie es soll. So. Die Festung ist mein geringstes Problem. Und trotzdem habe ich jetzt 30 Schaden bekommen. Es ist auch irgendwie echt nicht möglich, die Fee in dieser Shitfestung einzusetzen. Ohne wenigstens ein bisschen Schaden zu passieren. Das geht mir reichlich auf Nüsse. So. Und ich habe kein Herz bekommen. Das geht mir ebenfalls auf die Nüsse. Die Festung sollte dann besser wichtig sein. Für irgendeine geografische Lage. Geht mir weg da. Geh weg da. Geh weg da. Geh weg da. Geh weg da. Kommandant. Kommandant. Ich frag mich, dass wir überhaupt kommandieren. Kein Dorf Türsteher wäre vielleicht ehrlich gesagt besser. Egal. Er ist ein Kommandant. Genau wie die anderen Punching Bags von Mitspiel-Charakteren Feldmarschalls sind. Geh weg da. Komm schon. Kann da jetzt nicht mehr viel passieren, oder? Ich kassiere jetzt mein Herz. Dann gehe ich da unten hin. Brauche den mal eben mit Magie und voller Spezialeisten weg. Und dann ist hier Ende. Ist hier Feierabend. Es ist Stufe 1. Stufe 1, my ass. Das ist mit den Eralforce echt ziemlich scheiße gewesen, Leute. Er liegt nur an der orangenen Rüstung. Ich wollte sie mal ausprobieren. So im Spielerlebnis merkt man noch nicht viel Unterschied, abgesehen von der Helmfarbe, die ja dann signifikant nicht mehr Metall ist, sondern halt ebenfalls orange. Aber sonst? Ich weiß nicht. Sieht fast so aus wie die Alte, nur ein Tacken schlechte. Peace. Stinger! Komm, Alter, ich berate dich am Stock. Das ist sie. Stinger again! Stinger die 3! Stinger 4! Ich hasse dich so abgrundtief. Hm. Ist das behindert. So, Leute, ich seh jetzt das, äh, ich setz den Herzcontainer jetzt als gekrallt voraus. Und begrüße euch im nächsten Part dann mit dem Erhalt jenes eben Herzens. Das, boah. Without shit, fuck you. Einfach, einfach, fuck you. Was ist das? Nee. Ist das ja schon wieder, ne? Hä? Recht geil. Äh, was ist das hier? Die sich alle feinde Stufe 3, kein Blocken. Gucken wir uns noch an. Ach shit, und ich darf ja hier nicht mal weiter, weil kein Gold und... Oh, fuck you! Oh, fuck you! So, ja, gut, Leute, also, ne? Dann, äh, sehen wir uns den Revival von der ganzen Scheiße morgen an. Immer schön liken, kommentieren und abonnieren, weil niemand weiß ja, wann ich irgendwann morgen zum Mittagsteig dieses Ding in hochlade. Falls ihr darauf gespannt seid, bedanke ich mich. Ansonsten weiterhin viel Spaß auf YouTube. Ciao!